Annabar ist eine Küstenstadt am Mittelmeer im äußersten Nordosten Algeriens mit etwa 207.000 Einwohnern. In der Antike lag hier die Stadt Hipporegius. Die Araber nannten sie Beleb-el-Annabar und während der französischen Herrschaft 1830 bis 1962 lautete der Name Bon. Annabar ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Annabar. 2004 waren an der Universität von Annabar etwa 40.000 Studenten immatrikuliert. Geografische Lage Annabar liegt am westlichen Ende einer langgestreckten, mehr als 30 Kilometer langen Bucht und am Fuß des Jebel Idaf, eines bis auf 1.008 Meter ansteigenden Bergrückens, der zum Teil zum Idaf-Nationalpark erklärt wurde und dessen Ausläufer sich im Norden Annabars bis zum felsigen Cap de Garde erstrecken. Von Annabar sind es rund 100 Straßenkilometer zur tunesischen Grenze, 150 Kilometer nach Konstantine und 585 Kilometer bis zur Hauptstadt Algier. Die Ruinen des antiken Hippo bzw. Hipporegius liegen am südlichen Rand der heutigen Stadt. Geschichte Hipporegius wurde als Hippo von Phönikern aus Tyrus vermutlich um 1200 v. CHR als Handelsniederlassung gegründet. Zur Zeit des 1.00-Punischen Krieges eroberte der Massil-Jeherrscher Gala diese Kolonie. Sein Sohn Masinissa machte sie 201 bis 149 v. CHR. Zur Residenz der Nummer der Könige. 46 v. CHR. Wurde Hipporegius von den Römern eingenommen und bekam später den Rechtsstatus einer Kolonie. Der Handel in Hippo blühte. Von hier bezog Rom seine meisten afrikanischen Produkte. Hippo zählte später zum Vandalenreich und dann zum Oströmischen Reich. 647 erstürmten muslimische Araber Hippo und zerstörten die Stadt bis auf die Grundmauern. Neugründung im 11. Im 11. Jahrhundert gründeten die Araber einige Kilometer von den Ruinen des antiken Stadtzentrums entfernt die Stadt Beleb-el-Anab, die sich zum heutigen Anabba entwickelte. 1830 kam die Stadt als Bonn unter französische Herrschaft. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs am Morgen des 4. August 1914 beschoss ein Schiff der Deutschen Mittelmeerdivision, die SMS Breslau-Bohn. Die SMS Köben beschoss zeitgleich den Hafen von Philipp Will. Von 1954 bis 1962 wehrte der Algerienkrieg, an dessen Ende verließen zahlreiche Europäer und Piedenoise Bonn. Im September 1962 war die Stadt infolge deren Flucht halb leer. Verwaltung, Polizeiarbeit, Justizwesen, Schulwesen und viele wirtschaftliche Aktivitäten waren zum Erliegen gekommen. Am 23. Juli 1964 explodierte der mit Munition Beladene ägyptische Frachter Starr auf Alexandria im Hafen von Anabba. Bei dem Unfall starben über 100 Menschen und etwa 160 wurden verletzt. Der Schaden wurde auf 20 Millionen US-Dollar geschätzt. Verkehr Anabba ist über die Nationalstraße 44 mit Tunis-Konstantine und Algier verbunden, die auch ein Teilstipp der Transafrican Highways bzw. des Cairo-Dakar-Highway bildet. Die N16 stellt die Verbindung zu den südlichen Orten her. Von dem direkt neben dem Hafen liegenden Bahnhof fahren Züge nach Algier, Konstantine und bis Kras sowie nach Tunesien. Der Hafen gehört zu den zehn wichtigsten Häfen Algeriens. Ro-Ro-Fähren fahren regelmäßig nach Marseille. Der Flughafen Anabba liegt neun Kilometer südöstlich der Stadt. Neben algerischen Zielen gibt es Flüge nach Paris-Aulie, Lyon und Marseille. Die Seilbahn Anabba verbindet den westlichen Stadtrand mit dem in 850 Meter Höhe auf dem Dschäbel-Idaf gelegenen Ort Sereidi, das sonst nur über eine 13 Kilometer lange kurvige Bergstraße erreichbar ist. Söhne und Töchter der Stadt Alfonso Join, französischer Marseille Albert Camus, französischer Philosoph des 20. Jahrhunderts Seid Brahimi, algerisch-französischer Fußballspieler und Trainer Claude Jorda, französischer Jurist Hamdi Benani, Sänger des Malouf d'Anna Bar Edwige Finech, italienische Filmschauspielerin Klimatabelle